Oh, hallo Dirin! Möchtest du Bowling spielen? Okay! Ich habe eine Idee Dirin, damit es noch ein bisschen spaßiger wird, verstecke ich drei von den Kegeln, du musst sie suchen und wenn du sie findest, können wir Bowling spielen. Okay? Derin, während ich diese hier verstecke, musst du deine Augen zumachen. Derin! 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 Ich habe eine kleine Kugel gemacht! Derin! 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 Und jetzt der Hohenz. Tschüss!